Ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren täglichen Booster. So wollen wir mal hoffen, dass der Autofokus heute besser sitzt. Ich habe ein neues Aufnahmeprogramm und der Kartentrick müsste ja jetzt andersrum sein. 1,2,3,4 nach hinten. Dann müsste die Rare in letzter Stelle sein. Schauen wir mal ob es geklappt hat. Unerträgliche Visionen, dann Klauen von Bubastes. Einen Blick erhaschen. Das Totenbuch. Schogoten Sklave. Dann Schlag aus dem Hinterhalt. Der Verbindungsmann. Dann geht es los mit den Ankammenkarten. Kollateralschaden. Eiskalt verfiffen. So jetzt geht es besser. Dann haben wir Einsturz. Und die Rare Karte ist die angeschwollene Frau. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.